Wir halten nichts von Abos und monatlichen Beiträgen. Unser Training scheint zwar anfangs teuer, aber sie haben keinerlei Folgekosten. Wir sind überzeugt, dass Sie mit unserem Konzept dauerhaften Erfolg haben werden. Und genau deshalb verzichten wir auf monatliche Beiträge. Uns geht es nicht darum, Sie möglichst lange an uns zu binden. Wir möchten, dass Sie schnell zu Ihrem Ziel gelangen und es dann ein Leben lang halten. Andrea ist Buchhalterin, kocht sehr gerne für sich und ihre Freunde und sie ist seit acht Wochen im Coaching. Hören Sie, was sie zu berichten hat. Ihre Erfahrungen vor, während und nach dem Anti-Aging-Lifestyle-Training. Ja, hallo, hier ist die Andrea. Tja, ich kam zusammen mit meiner Schwester und mit meiner Freundin Tina zu dem Bodycoach. Wir waren bei dem Tag der Frau und meine Schwester hatte sich dann mit dem Bodycoach da unterhalten und diese Party organisiert. Und ich habe eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht, dass ich da mitmache. Aber dann musste ich wieder mal ins Krankenhaus mit einem Allergieschock, habe mittlerweile Blutdruckmedikamente nehmen müssen, weil mein Gewicht viel zu hoch ist und ich mich auch wirklich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe. Da denke ich, okay, ich gehe da mal hin und höre mir das mal an. Dann war ich sehr, sehr skeptisch, habe auch ganz viele Fragen gestellt und das wirklich eigentlich überhaupt nicht geglaubt. Habe aber gedacht, das ist so die letzte Chance, die ich habe, weil so geht es wirklich nicht weiter. Ja, und dann habe ich erst mal eine Woche schon mal das Programm nach dem Lifestyle-Training mitgemacht, bin dann in Urlaub gefahren, hatte schon drei Kilo abgenommen und habe tatsächlich selbst im Urlaub mein Gewicht halten können. Also das war schon echt super. Ja, danach bin ich dann gleich wieder weiter eingestiegen und das macht alles riesen Spaß. Ich mache morgens um halb sechs Uhr schon mein Workout und das fällt mir auch nicht schwer. Ich bin danach richtig fit, kann loslegen mit dem Tag. Und obwohl ich ja auch immer jeden Tag mir irgendwas zu essen koche und das mitnehme, aber das dauert nur 20 Minuten. Das ist ganz einfach umzusetzen und ich ziehe das auch immer durch. Ich treffe mich trotzdem mittags in der Kantine mit meinen Kolleginnen, aber ich esse dann halt mein Essen, was ich mitgebracht habe. Ja, und das fällt mir sehr leicht und ich habe jetzt auch schon einiges an Kilos abgenommen. Ich bin auch noch nicht am Ziel, also das dauert natürlich noch, weil ich habe am meisten, glaube ich, abzunehmen von allen. Aber ich mache auf jeden Fall weiter, weil es riesen Spaß macht. Und die persönliche Betreuung von unserem Body-Coach, das macht halt auch richtig Spaß. Weil man bekommt Mails, man kann jederzeit anrufen, es wird einem immer geholfen. Ja, das ist einfach nur gut. Also ein Programm, was wirklich funktioniert. Und ich habe genug anderes probiert vorher und das hat nicht funktioniert. Ja, deswegen kann ich nur sagen, jeder sollte dort mitmachen. Jeder kann das. Ja, eure Andrea. Ja. Ja, ich h heb einen Vor Bible, aber wir graben von einem tellementen Tag. Und ich glaube, das war mir so viel los. Ich glaube, das war einallah- goinichtiges Abab sitz. Ich glaube,哇, ich weiß, dass mir viele Sorоты hat sein und mittelashat. Deswegen bekle Only Di ket, was Notre Dame.